ja leute und willkommen zu diesem neuen video wenn ihr mein letztes video gesehen habt wisst ihr dass wir in südtirol im urlaub sind und ja ich würde sagen wir gehen jetzt zum essen und wir sehen uns gleich wieder endlich fertig so leute wir gehen jetzt gleich wandern und zwar ein wahlweg hier in der nähe da fangen wir mit dem bus hin und jetzt geht's los so leute wir machen jetzt gerade rast und sind hier unter so einem coolen dach aus tauben und genau genau wir gehen gleich weiter also leute wir kamen jetzt gerade aus dem bus und gehen zum hotel und wir sind gegen kurz nach zehn sind wir losgegangen und jetzt ist es viertel nach vier also wir sind schon lange gewandert und ja jetzt geht zum hotel ins schwimmbad gehe ich heute nicht ich esse gleich noch was und dann schneide ich das video weiter genau also ich hab mir jetzt noch was zweites geholt das erste sah dann eher so aus und jetzt haben wir noch eine portion pommes und das hier ist mein nachtisch guten morgen leute ich bin gerade aufgestanden und ähm wir gehen jetzt nach unten und frühstücken erstmal so leute also wir fahren jetzt auf einen berg mit der gondel hoch und wandern da dann wieder runter ich habe mir etwas längeres angezogen weil das oben sehr kalt sein soll und ja wir gehen jetzt los auch mal Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt gerade wieder zurückgekommen, waren noch kurz im Dorf und gehen jetzt wieder ins Hotel. Und dann gehen wir ins Schwimmbad. So, wir gehen jetzt ins Schwimmbad und da werde ich das Handy mitnehmen, weil die Kameras immer noch alle, wie ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen habt. Und dann zeige ich euch mal, was wir da so machen. Also ich werde vielleicht ein, zwei Szenen machen und genau, ja, wir gehen jetzt los. So Leute, wir sitzen jetzt in der Bar und ich schneide hier mein Video. So Leute, also wir gehen jetzt gleich zum Essen. Und ja, genau, mehr muss man dazu nicht sagen. Danach spielen wir noch Karten, wie jeden Abend. Und ja, genau. So, wir sind jetzt vom Essen wiedergekommen. Und, also vom Essen und vom Romy spielen wiedergekommen und gehen jetzt ins Bett. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist auch schon unser letzter Tag hier. Und dann geht's wieder nach Hause. Also würde ich sagen, bis morgen. Guten Morgen Leute, ich bin gerade aufgestanden und wie ich ja schon vor zehn Sekunden gesagt habe, ist heute unser letzter Tag. Und ja, wir gehen jetzt erstmal zum Essen, wie jeden Tag. Heute gibt's für mich zum Frühstück Laugengebäck, Gurken und Weißwurst. So Leute, auch wenn heute der letzte Tag ist, gehen wir nochmal wandern. Und wir gehen keinen richtigen Wanderweg oder keinen Wahlweg, sondern mit dem Weg kommt man in die Stadt. Also es ist eher so ein Spazierweg und da gehen wir jetzt hin. Leute, wir sind ja jetzt, wie ihr gesehen habt, auf dem Zerpeinerweg. Und ja, wir wandern jetzt hier ein bisschen drauf und hoffen, dass wir irgendwann mal ankommen. So, also wir sind jetzt am Ende des Weges angekommen und gehen jetzt noch ein bisschen in die Stadt. Ich glaube, wir essen noch ein Eis und dann fahren wir, glaube ich, wieder mit dem Sessellift nach oben und wandern dann zu unserem Hotel. Am Ende des Weges! So, also wir sind noch ein Eis. so also wir sind jetzt hier wieder beim hotel angekommen und ich gehe gleich mit meinem bruder wie jeden tag in pool so also wir gehen jetzt wie gesagt ein schwimmbad und auch wenn unser letzter tag ist habe ich jetzt endlich mal geschafft die action cam aufzuladen und mit der gehen wir jetzt mal im pool und ich schneide mein video wieder also leute wir waren ja jetzt gerade beim essen und für uns geht es jetzt gleich auch schon wieder nach hause es ist gerade abend und wir fahren über nacht nach hause und ja dann film ich glaube ich noch ein bisschen aus dem auto und dann geht es nach hause wie gesagt und ja das ist auch schon das ende von diesem urlaub und ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat lasst doch ein like da und abonniert den kanal um nichts mehr zu verpassen bis zum nächsten mal tschau